Hallo, mein Name ist Markus Wagner und ich bin der wissenschaftliche Leiter des Hochschullehrgangs Digital Photography and Visual New Media. Der Hochschullehrgang richtet sich an Fotografinnen und Fotografen, genauso wie an Personen, die aus den künstlerischen Bereichen der Bildsprache oder der Bewegtbildszene kommen, beziehungsweise auch der Medientechnik. Hauptsächlich dreht es sich im Lehrgang um Fotografie. Parallel dazu haben wir mit dem Bereich von New Visual Media, aber auch 360 Grad Video, wir haben Augmented and Virtual Reality inkludiert und auch den ganzen Prozess vom Aussuchen des Shooting-Ortes bis zur Post-Production. Der grundsätzliche Aufbau ist so gestaltet, dass wir Donnerstagabend, Freitagnachmittag, beziehungsweise Samstag den ganzen Tag Unterricht haben. Wir haben aber trotzdem darauf geachtet, dass wir nur jedes zweite Wochenende in Anspruch nehmen, damit der Lehrgang auch mit Familie und Beruf schön vereinbar ist. Vor allem, weil viele Fotografinnen und Fotografen natürlich auch am Wochenende arbeiten müssen. Generell kann man mit dieser Ausbildung natürlich als Fotograf oder Fotografin arbeiten, aber natürlich auch als Bildjournalistin, als Werbefotografin. Man kann das so weit gehen, dass man sagt, bis zur Post-Production-Director bewegt Bildanimation oder Bildanimation in einer Galerie als Kuratorin. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die gar nicht alle aufzählen kann in der kurzen Zeit, aber die natürlich auf der Webseite verfügbar sind. Das Besondere am Lehrgang ist, dass wir sehr praxisorientiert sind in der Lehre und dass man natürlich auch mit internationalen, erfolgreichen Fotografinnen zusammenarbeiten kann während der Studienzeit. Wenn Sie Ihr Know-how im Bereich der Fotografie erweitern möchten und gerne mit internationalen Experten und Expertinnen sich austauschen möchten, würden wir uns freuen, diesen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen.